servus liebe world of warcraft freunde und willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit guten nachrichten für alle leute unter euch die gerne anima sammeln oder einfach sagen ich habe noch so viele kosmetische items die ich mir kaufen will aber kein anima denn mit dem neuen patch wird die erhaltene menge an anima regelmäßig erhöht zumindest sieht es aktuell auf 9.1 auf dem testfilm so aus was das ganze bedeutet schauen wir uns jetzt mal an wenn euch das video gefällt lasst gerne ein like und ein abo da aktiviert die glocke und es wird ja so sein wir bekommen 40 neue rumstufen aktuell kannst du auf dem ptr keine rumstufen gewinnen aber man kann sich angucken was man bekommt und auf stufe 42 und 58 ist es wohl so dass es die freischaltung world quest anima rewards gibt also wenn ihr das freigeschaltet habt erhöht sich die menge von anima die ihr durch world quests bekommt das hier unten auch noch mal aufgeführt bei allen klassen oder beziehungsweise bei allen pakten und hier auf 58 kommt das ganze dann auch noch mal bedeutet aber natürlich es sind nur world quests betroffen nicht mythic plus kein raid kein pvp nichts also ihr müsst wenn um in den genuss von mehr anima zu kommen fleißig world quests machen aber ich finde es ist ein weg in die richtige richtung blizzard hat gemerkt das kam bei den spielern nicht so gut an jetzt drehen sie daran und ist ja alles noch stand jetzt testmäßig also das heißt ja nicht dass sich da nichts mehr dran ändern kann deswegen bin ich ganz guter dinge dass blizzard da eine gute balance finden wird in diesem sinne schreibt mir in die kommentare was ihr darüber denkt und damit bedanke ich mich fürs zusehen wünsche euch noch einen schönen abend lasst es euch gut gehen und reingehauen